moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie bei call of duty war so extrem schnell eure waffen leveln könnt und zwar würde ich euch hierfür empfehlen dass ihr noch ein doppel xp token einsetzt falls ihr einen haben solltet also einen waffentoken und danach direkt hier diesen neuen modus caldera kollisionen zu suchen dort gibt es nämlich auch noch mal doppel xp also mit euren toten werden es dann vier mal xp leute und um euch zu zeigen wie schnell das wirklich geht packe ich jetzt in eine klasse eine waffe rein die ich noch nicht so viel gelevelt habe bei mir ist es die als wahl dies auf level 6 leute und nach der methode schaut mal wie viele level ich danach mache wenn ihr dann im spiel seid leute müsst ihr hier nur noch kopfgeldaufträge suchen geht zu einem kopfgeldauftrag aktiviert den und dann könnt ihr einfach nur chillen leute und warten bis eure teammates den kopfgeldauftrag beenden denn wenn ihr sterben sollte dann setzt sich dieser auftrag zurück also wartet einfach ihr müsst den kopfgeld gar nicht jagen das machen eure mates für euch ihr könnt in der zwischenzeit auf der map einen neuen kopfgeld suchen und schon mal dorthin laufen so dass ihr direkt ein neues kopfgeld habt sobald das eine beendet ist und leute wie ihr seht wenn das kopfgeld abgeschlossen ist kriegt ihr tausend waffen ep und mal 4 also müsste das quasi 4000 waffen ep sein die ihr pro auftrag bekommt und wenn ihr seht dass es kein kopfgeld mehr gibt dann könnt ihr einfach das spiel verlassen und neu suchen damit ihr eure zeit nicht verschwendet bei mir im game waren drei kopfgeldaufträge und schaut mal wie viel level ich gemacht habe die as war vorher auf level 6 jetzt ist sie auf level 22 ganze 16 level habe ich mit diesem trick gemacht das war's dann auch mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und falls noch kein abo bei mir immer auf den neuesten stand bleiben willst kannst du jetzt kostenlos abonnieren und die glocke aktivieren damit du nichts mehr verpasst viel spaß und bis zum nächsten mal